Hallo, willkommen bei Conny Canarias, Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Heute geht es mal um Wörter, die ihr nicht verwechseln solltet. Die sind sich sehr ähnlich und deswegen bei der Aussprache genau aufpassen. Fangen wir an. Müde, müde. Cansado, cansado oder cansada, cansada. Verheiratet, verheiratet. Casado, casado oder casada, casada. Die Hauptstadt, die Hauptstadt, la capital, la capital. Das capital, das capital. El capital, el capital. Die Ehefrau, die Ehefrau, la esposa, la esposa. Die Handschellen, die Handschellen. Las esposas, las esposas. Die Biene, die Biene, la abeja. La abeja. Das Schaf, das Schaf. La obeja. La obeja. Das Kleid, das Kleid. El vestido. El vestido. Der Nachbar, der Nachbar. El vecino. El vecino. Das Kaninchen oder der Hase. El conejo. El conejo. Der Ratschlag, der Ratschlag. Der Ratschlag, der Ratschlag. El consejo. El consejo. Die Küche, die Küche. La cocina. La cocina. Die Sau, also das weibliche Schwein. La cocina. La cocina. Die Handtasche. Die Handtasche. El bolso. El bolso. Die Tüte oder die Tragetasche. La bolsa. La bolsa. So, das war's. Also bei diesen Wörtern heißt es Achtung, Ojo, nicht verwechseln. Muchas gracias y hasta mañana.